Ein Feuer hat am frühen Sonntagmorgen eine große Scheune in Trittau komplett zerstört. In dem Gebäude am Trittauer Feld waren eine Werkstatt und eine Sattelkammer untergebracht. Außerdem lagerte dort vermutlich auch Stroh. Und 100 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Tiere wurden nicht verletzt. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute schlugen bereits hohe Flammen aus dem Gebäude empor und dichter Rauch zog über die Brandstelle hinweg. Schwierigkeiten bereitete die Wasserversorgung. Unter anderem wurde eine etwa drei Kilometer lange Schlauchleitung bis zum Funpark am Ortseingang von Trittau gelegt. Auch ein Löschteich wurde angezapft. Im Außenangriff rückten mehrere Trupps unter Atemschutz gegen das Feuer vor. Auch die Drehleiter aus Glinde war bei den Löscharbeiten eingesetzt. Während des Einsatzes war die Straße zwischen Trittau und Großensee von der Polizei voll gesperrt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst noch nicht bekannt.